Hallo Leute, und ich habe hier die ganze Zeit nur Frames, ich hoffe, das hat trotzdem aufgenommen. Jawohl, hallo. Willkommen zurück zu ARK, Survival Evolved und so. Ne? Ich habe ein Level. Und wir haben ein fast gezähmtes Vieh. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja gerade kurz ARK, wie lange hat das jetzt gedauert? Das ist auf jeden Fall nur eine Weile. Ich muss noch mal kurz Bern holen gehen. Oh, ja, oh. Tag, und in der Sekunde steht es auf. Cancel, du musst es benehmen, weil es ist Dainz. Jawohl, jawohl. Gucken wir uns das Prachtexemplar erstmal an. Ich gucke mal ein, ich gucke mal ein, ja. Wie schön. Ja, ja, ja. Oh, kann sich sehen lassen, fast schon unser Level. So. Tada. Ich habe übrigens nebenbei auch noch ein Level gemacht, ne? Ist ja nicht so, dass ich jetzt hier dumm rumgestanden hätte und dabei gelevelt habe. Irgendwie kenn ich das, da gibt es Leute, die können sowas besonders gut. Ja. Leveln im Nichtstun eine Berufung. Da bist du Profi drin. Man sagt ungangssprachlich auch das Foxen. Ach so, ah, okay. Ich mache bei mir, glaube ich, jetzt mal ein bisschen Hells nach oben. So. Damit bin ich dann auch Level 13. 14, 14, 14. Alles bis auf die, bis auf den Einsteck-Bären jetzt in den großen. Weil der hat nämlich, wie wir sehen, im Vergleich zur Kildkröte nochmal ein bisschen mehr Gewicht. Der kann 330 dran. Wollen wir sagen, sie, warte, ich sage es dir gleich, wovon sie ist. Der hat 250. Der hat aber auch nicht ganz so viel Leben. Richtig. Ich meine, Schilly hier hat jetzt 1,5 und der hat 600. Das ist schon krass, ne? Ja. Schon ein enormer Unterschied. Ja, äh, was streben wir denn jetzt an? Also ich würde fast sagen, äh, das... Ja, das ist eine gute Frage. Also wir bräuchten für alles, was Jagd und Zähmen angeht, gerade explizit Fleischfresser und alles, ähm, bräuchten wir neue, äh, Narko-Berries. Das heißt, wir müssten... Oh, da hört man ins Trampeln. Das hat einen leichten Wendekreis. Und im Moment können wir es ja noch nicht reiten, aber es folgt uns trotzdem. Ich würde sagen, wir machen uns langsam auf den Weg zu unserer Basis. Ja, das ist ein guter Plan, weil da könnte man auch noch ein bisschen craften und so. Genau, dann stellt man das alles ein bisschen ab. Ähm, wir können mal die... Oh, der Drop ist aber sehr nah. Ja, dann holen wir uns den auch noch. Das ist der, wo fahrendiger Blauer war in der letzten Folge. Das ist ein weißer. Aber die Fahrkern und Roll ist noch nicht so voll, um. Wollt ein Schneemann runter? Ein brauner Schneemann? So, äh, ich sehe schon mal 1, 2, 3 die los. Ich, äh, lege mich mal jetzt direkt mit dem ersten an. Oh, das könnte auch grün sein, übrigens. So, beide Tiere sind auf Attack und... Also, Attack your target, dann follow. Ja, also, Fritz gibt ihm schon ganz schön saures, doch. Wow! Oh Gott, das sind 3. Ja, ich seht. Oh, und ich bin so gut wie tot. Oh, das Gift wird mich vernichten. Oh, das war jetzt echt, das, äh... Oh, das war gut knapp, sagst du? Nein! So, okay, der Drop scheint aber gerade erst zu kommen. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, dann kann ich in der Zeit hier, äh, Bäume abholzen. Ich werde aber aufgrund des Trampelgeräuschs, äh... Die, das followen dieselbe. So, ich hab die mal zerhackt. Ich war echt so gut wie tot, ne? Also, äh... Ich finde gut, dass wir jetzt umgeschwungen sind von lustigen Namen auf, äh, ernste Namen. Fritz ist von der Fantasy-Welt, jetzt sag mal, ne? Aber... Ich bin mir trotzdem lieber als, äh, keine Ahnung... Ach so, ja. ...Klumpfuß. Oder Rasenmäher. Oh, das... Ja, ja. So, ne, fang schon mal ein bisschen an Holz zu sammeln, weil... Wir wissen ja, unser Front ist noch nicht perfekt. Ja. Noch bereiten nicht. Das wird auch noch ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen, leider. Jo. Was ich aber auch sehr gerne tue, ist, um es halt nur... Oh, jetzt, jetzt. Dann guck mal hier. Äh, ist das nur für mich ein E und ein T da? Hat sich da ein Entwickler verewigt, oder...? Wo? In der Fels-Formation dort? Äh, ich seh nix gerade, nochmal zur Info. Ja, du stehst ja auch, komisch. E und T, okay. Äh! Ja, sieht irgendwie so aus, ne? Sehr geil. Das ist so gewachsen, natürlich. Ich guck mal, ich guck mal kurz in den Drop rein, wenn ich reingucken kann. Ja, ich kann mal gucken. 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 Und wir haben drin 38 Leder. Sehr schön. 81 Thatch. 8 Steiner, 8 Flint und 74 Fiber und, äh, ein bisschen Wurzel. Liebe Narkotik. Achtung! Wurzel. Ich habe ihn getötet, den Drop. Sehr gut. Hinten steht ein Treik. 5, 6 Dilos und, äh, eine Schildkröte. Nichts von Interesse. Da hinten kämpft ein Kano gegen einen Treik. Äh, äh, ist ja eventuell nicht so günstig, wenn man da so sehr in die Nähe kommen würde. Wie geht's eigentlich Fritz so grundsätzlich? Ah, er hat fast ein Level. Und ist live-technisch auch schon fast wieder erholt. Das heißt, wir machen einfach den Weg zurück, wie wir gekommen sind, ja? Würde ich spontan so behaupten, ja. Sinnvoll wäre es auf jeden Fall. Fritz hat jetzt übrigens 65 Leder in der Tasche. Das heißt, wir können uns nachher auch Lederschuhe und so bauen. Wäre ja auch noch eine Option. Sehr schön. Jawohl. Ich habe ja alle Sachen da fleißig reingetan. Nur weil die Dinos viel mal da um jemanden gehören, der sie gezähmt hat, heißt es ja nicht, dass wir die dann nicht gemeinsam nutzen. Das gilt ja auch für, ähm, eigentlich alles, was wir da zusammen schaffen. Ja, genau. In dieser Terrenwelt, von daher. Wäre auch sonst ziemlich schade. Also meins und deins ist halt im Survival-Spiel nicht so clever. Naja, das, ähm, könnte eventuell zu diversen Problemen führen, ne? Wenn man mal irgendwann die Weltherrschaft hat. Dann kann man darüber nachdenken, aber... Ja, hier hört es ein dezentes Stampfen hinter uns. Und, äh, das ist die liebe Zera. Die hat einen festen Auftritt. Ja, nee, nee. Oh, bei mir machen die Palmen wieder alle um, um. Sehr geil. Bei mir gehen die Tatsache relativ wenig ab, gerade. So. Ich renne jetzt auch mal nicht. Ich, äh, laufe einfach nur, um halt ein bisschen zu sparen. Und wir sollten dann eventuell gucken, wenn wir dann zu Hause sind, und ob die Bäume schon wieder stehen. Weil dann könnten wir nämlich wirklich noch ein bisschen Holz fällen. Eventuell. Ja. Für eine weitere, äh, Reihe Bodenplatten. Genau. Bodenplatten. Und andere witzige, wichtige Dinge, die wir so brauchen. Wie zum Beispiel Cropplots. Richtig. Holz ist ja, genau. Und Irrigation-Systeme und so. Ich glaube, alles, was hinter dem Stein ist, da kommt kein Hai ran. Weil es zu flach ist. Okay. Ich hab drüber nachgedacht, nachdem ich dreimal einfach reinschwommen bin. Ich hoffe, es wird nicht gleich eines Besseren belehrt, aber... Ja, wir versuchen es einfach mal. You are cold. Wie kalt ist es denn hier im Wasser? Oh, sieben Grad ist natürlich schon... Ich find's gerade irgendwie sehr flach, ja. Der Stein sah kurz aus wie ein Megalodon. Und du lattest dir eben spontan... Hm, nicht so gut, wie du... Und ich dachte so, ah, nicht schon wieder eine Folge, wo man stirbt, ey. Oh. You are suffocating. Ich sehe einen großen, zügelschlagenden Schatten, der mir nicht gefällt. Ach doch, okay. Das ist ein... Ceradon. Aber ich war auch gerade schon ziemlich weit, äh... Außerhalb meiner U2-Sättigung. Ja, es ist großartig. Also, ich freu mich, dass es nahtlos über die Bühne ging, ja. Ich hab's ein bisschen anders erlebt, dass er mitten im CM-Prozess dann von... ...ein Säbelzahntiger angegriffen wurde. Ja, es gibt da Tatsache sehr fiese Geschichten. Aber ich sehe euch auch gerade da vorne auch so aus dem Wasser wuseln. Ich muss sagen, das Schwimmen ist hier sehr anstrengend, weil man nicht komplett über Wasser bleiben kann. Richtig, das macht es echt. Das, äh, macht das Ganze sehr, sehr aufwendig. Und, äh, was natürlich auch ein Problem ist, während des Schwimmens verliert man dauerhaft an... Ähm... Wo, was machst du denn da? Wo rennen denn deine Lidus hin? Die Frage ist, wo tatsächlich Cera hinrennt, ja. War keinen Controller, als sie schneit, aber... Cera ist übelst am... Ah, da kommt sie. Boah, und voll am Flitzen. Oh, was... Oh, der Pust aus, ja. Naja. Ich hab nicht so... Ich verstehe das. Boah, wie so rennen denn die Fahrkrankenkontrolle jetzt schon wieder los? Cera ist ja auch wieder am Flitzen. Ist schon wieder auf dem Weg hier. Oh, über die Steine rüber, ja. Und schluss. Und es wird natürlich nachten, das ist ja meine... Ich meine, die Nüsseinfangen, ja. Hallo. Hallo. Wann, das T? Stop all. Ja, jetzt hast du sogar... Ne, meinen hast du nicht ganz, äh... Aber Fahrkrankenkontrolle steht jetzt im Busch. Ich hab mir mal... Ich hab mir mal Fahrkrankenkontrolle geschnappt, kurz. Ja. Dann kannst du dich um Cera kümmern. Weil die... Komm mir gar nicht ran. Aber Fahrkrankenkontrolle hängt in dem Baum fest. Das ist auch sehr schön. Ah, jetzt. Sehr schön. Sehr schön. Ey, nicht, dass uns der Traik deinen abseuft. Das wäre richtig übel. Ich bringe erstmal die beiden nach Hause und stelle sie ab. Was hättest du davon? Kommt, ja. Äh, Fahrkrankenkontrolle hast du, ja? Mhm. Gut, ja, dann... Und natürlich steht an unserer Hütte ein Dilo, ist ja klar, ne? Oh, macht Sinn. Hast du fertig geplanscht? Hast du fertig geplanscht? Toll. Oh, was? Jetzt standen meine Viecher mir im Weg und sorgen dafür, dass ich wahrscheinlich sterbe. Ne, okay. Äh, ich konnte nicht ausweichen, ne? Durch Fahrkrankenkontrolle und Fritz. Die haben einfach mal dafür gesorgt, dass ich nicht ausweichen konnte. Du musst jetzt laufen. Es war so, komm, wir bringen ihn um. Komm, wir bringen ihn um. Hinterhalt. So, kommt mal mit kurz. Stellt euch mal hier oben händig, dass ihr auch noch Opfer eines fliegenden Megalodon seid. Seid. Äh, T. Stop all. Sehr gut. Oh, tatsächlich ist die Fauna rings ums Haus nicht nachgewachsen, ne? Ne, ne. Das ist... Keine Bäume, das ist... Wir haben eine gewisse Range jetzt, wo nichts mehr nachkommt. Ja, Wunderbärchen. Jetzt müsste ich mal gucken, was ich so für diese Irrigation-Sachen bräuchte, ne? Da kann ich ja mal gleich reingucken. Ich würde ganz gerne das Feuer hier unten noch entfachen. Ich glaube allerdings, das wird... Na doch, ein bisschen Holz habe ich ja dabei. So ein ganz klein bisschen. Einfach nur, um auch die Fackel ablegen zu können. So. Inventory. Craftables. So, also eine Stone Irrigation Pipe. Wo ist denn das Intake? Erstmal damit müssen wir anfangen. Äh, Intake da. 25 Steine. Fangen wir mal damit an. Ich bin ja schon fast versucht, diesen Intake dann, äh, ins Haus reinlaufen zu lassen. Weil ich da höher stehe und das quasi ein bisschen einfacher würde, aber... Ja, warum nicht? Dann kann man da eh nicht mehr hinstellen. Weil, wenn ich jetzt hier rangehe, das Problem, dass ich zu... zu niedrig bin. Gut, wenn ich jetzt hier das Ganze mache. Ah, ne, ist aber auch... ziemlich flach. Selbst wenn ich es ins Haus reinlaufen lasse, ne? Ah, das gefällt mir alles nicht wirklich. Hier seitlich am Haus vorbei wäre noch die beste Variante. So, stellen wir es mal hin. So. Jetzt seht ihr halt hier, wir haben so ein... quasi so eine Art, äh, Schachtrohr. Was dann hier nach oben führt und, äh, hier weiter geht. Und theoretisch könnte man jetzt wieder weiter nach oben gehen, aber das geht leider mit dem, was wir jetzt haben, noch nicht. Darum bin ich jetzt gerade ein bisschen... ja, genatzt. Möchte man meinen. Aber ich könnte uns dann hier so einen Trinkwasserbrunnen wenigstens ranbauen. Damit wir wenigstens einen Nutzen aus dem Ganzen haben, ne? So, schauen wir mal. Bauen wir den hier ran. Und jetzt seht ihr hier so ein bisschen zumindest, dass hier Wasser rauskommt und wir können jetzt hier auch trinken. Ist sehr angenehm. Hat also durchaus was für sich. Und von da aus kann man natürlich auch durchaus weiter verlegen und so. Das ist ja quasi... Sieht aus wie ein bisschen wie unser Hausanschluss. Also es passt, ne? Also kannst du mal herkommen, kurz. Ja, sehr schön. Und von da aus können wir dann weiter verlegen und von da aus können wir auch trinken. Dann müssen wir nicht mehr ins Wasser. Können wir das vor allem. Das sieht uns sehr interessant aus. Trink mal nochmal, bitte. Es ist als ob du dir eine Flasche vor, äh, vor's Gesicht hältst. Nur ohne Flasche. Tja. Guck mal hier, das kann ich gut. Ich bin Schauspieler vom Beruf. Ja. Guck dir mal. Mir fällt gerade auf, dass wenn ich mir unsere, äh, Hedgehütte angucke. Ja. Und unseren Holzbunker. Mhm. Dass, äh, wir irgendwie eine Reihe Wand ausgelassen haben. Auch wenn, ich hab jetzt gerade mal in drinnen Feuer an die Macht. Äh, Ach so. Das sieht richtig bescheuert aus. Weil, weil wir jetzt quasi zu niedrig haben, oder was? Genau, richtig. Selbst für die erste Etage ist das ja, genau. Ist ja auch gut, dass ich es erstmal gebaut hab und es mir dann später auffällt, wenn wir nach, äh, drei Tagen Reise wiederkommen. Ey, du sag mal irgendwie, äh... Aber du kannst es ja jetzt grundsätzlich demolischen, das Dach und kriegst deinen Haufen Zeug zurück. Dann kannst du ja neue Wände erstmal bauen. Richtig. Ich helfe dir mal. Ich wollte es nur besprochen haben, nicht, dass, äh, wir hier eiskalt einfach abreißen und, ja. Wer keine Arbeit hat, der macht sich welche. Genau, so ist doch schön. Dann haben wir wenigstens was zu tun. Ja, aber das war wirklich sehr niedrig, ist das wohl wahr. Kann man jetzt eigentlich das in der Mitte schweben lassen? Ich bin entkambert. Äh, nee, ich glaube nicht. Das bricht mit ab. So clever waren sie dann schon. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Gar nicht. Tito. Wie, einfach mal alles an Holz? Oh, krass. Siehst du das ganze Holz hier rumliegen? Warte, ich schmeiß mal kurz hier. Drop. 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 Auch alles andere in der Fetch und so. Ja, ja, hab ich alles gedroppt. Aber viel mehr ist leider nicht bei rübergekommen gerade. Jo, ist leider, also man macht kein 1 zu 1 geschifft. Nee, sogar eher ein sehr, sehr schlechtes. Muss man ja mal dazu sagen. Muss gar nicht. 25% oder was bleibt übrig? Aber wir können halt, das ist der große Vorteil, nachher auch Fenster und so noch bauen hierfür. Also keine Angst, das wird kein Bunker. Es kommt halt nur alles nach und nach. Das dauert halt ein bisschen. So, okay. Mehr ist leider nicht. Richtig. Aber immerhin haben wir es fast komplett 1 erhöht. Ja, das ist richtig. Das sieht schon blöd aus sonst. Wir sollten vielleicht in der Mitte auch eine Dachluke lassen für das Feuer. Ich finde sowieso, so ein Feuer in der Holzhütte ist schon ein bisschen fragwürdig. Ja, Licht gibt es in dem Sinne nicht. Und Standing Torch? Es gibt Licht. Es gibt Lampen. Es gibt richtige Lampen nachher. Ja, nachher mit Elektrizität. Du willst mir schon was erzählen. Ja, so lange dauert es doch gar nicht, bis wir Elektrizität haben. So 200, 300 Folgen. Ja. Und wie gesagt, Standing Torch sehen zwar super toll aus, machen aber kein Licht. Von daher, ja. Ja, aber auch die finde ich halt im Haus nicht unbedingt sinnvoll. Ja, was hättest du denn dann gerne im Haus? Ja, was Schönes so. Glowstone. Energie Sparlampen. Genau. Glowstone. Darauf halt gleich mal gepupst. So, ich baue uns aber jetzt mal eben Rüstung. Okay. Das finde ich gut. Ich sehe schon die nächste Holzfarm-Folge auf uns zukommt. Weil das können wir jetzt natürlich so nicht lassen. Shit, jetzt habe ich zwei Hüte gebaut. Man kann Sachen nicht mehr abbrechen. Wenn man sie einmal gebaut hat. Doch, du kannst oben dritten die Aufträge löschen. Nee, geht nicht. Aber gut, Füße und Hände. Sehr schön. So. Wenn du jetzt irgendwo in der Nähe bist. Ich packe das mal in Cera, ja? Boah, ich kann ja du gleich. Cera hat übrigens ein Level. Anziehen. Bin nur gerade ein paar Bäume am weghauen. Ja, ich habe es dir reingetan erst mal. Wir werden eh alsbald wahrscheinlich auf die nächste Stufe der Klamottenkunst hinauslaufen. Haben wir irgendwo eine Kramkiste? Nein. Ich kann aber gerne dann ein paar Kisten bauen. Wenn das an sich dienlich ist. Aber wir haben eine Menge Steine für Irrigation-Zeug. Das ist sehr schön. Aber gut, wir hatten auch mal ein Dodo. Ja. In Erinnerung an Runter vom Sofa. Ja, schon sehr schade. Sehr schade. Er tut mir ziemlich leid. Aber er hat, glaube ich, nicht lange gelitten bei so einem Megalodon. Megalodon hat kurz das war wirklich nur ein Häppchen und dann hatte sich das auch schon wieder erledigt. So. Wir haben hier übrigens eine Menge Fiber drin und eine Menge Seeds und so. Wir sollten vielleicht dann Schillikröte-Kröte hier mal langsamer was ich hier ausräumen. Deshalb hatte ich das Zeug da reingelegt. Schön gedacht habe, dass du das nicht abwarten kannst da. Gärtnern und so. Das ist cool. Ja. Danke für Handschuhe und Schuhe. Immer gerne, immer gerne. Dann bin ich jetzt komplett fashioned. und wir sind auch wesentlich besser vor den ungemütlichen Wettern dieser Insel geschützt. Weil ganz ehrlich, entweder ist es richtig heiß oder ist es richtig kalt. Das ist anders gibt es hier nicht. Es ist eins von beidem ist immer da und eins ist immer scheiße. Typisch deutsch. Immer meckern. Immer meckern. So. So, aller Annoisse sind wir jetzt auch erstmal repariert. Ich gucke gerade mal, was mich die Cropplots kosten würden so grundsätzlich. Die würde ich dann hier nämlich direkt so in Strandnähe bauen. Mhm. Da. Die kleinen. 20 Wood jeweils. 15 Fiber. 25 Stone. Okay, das ist machbar. Wir brauchen natürlich eine ganze Menge Dino-Kacke, ne? Dino-Kacke? Mhm. Wir haben übrigens mittlerweile 126 Leder. Achso. Ich dachte, wir haben schon wieder hier die... Das haben wir auf jeden Fall auch, ja. Da wollte ich das nächste drauf hinweisen. So. Vera kriegt erstmal Health reingedrückt. Ich dachte, hier wären noch irgendwo Woody Woodbacker gewesen. Aber Sophie ist hier wahrscheinlich nicht mehr. Nee. Hier, Schammer. Zack, ja, ist alles irgendwie raus. Ich hatte auch eigentlich eine Dorfframe. Ja, was? Aber... Die ist auch weg. Dein... Achtholz noch. Wahnsinn. Ja, dann muss ich wohl in der nächsten Folge, wenn ich hier so ein Crop-Plot bauen möchte, den, äh... In deiner bauen. In deiner Folge. Wo wir bei einem guten Thema sind, ne? Ja. Oder aber, äh... Wir farmen und dann bauen. Je nachdem. Das kriegen wir schon hin. Gut, sehr schön. Ich bedanke mich wie immer für das Zuschauen. Ja, wir haben ordentlich was hingekriegt. Ja, nämlich einen großen Dino fertig gezähmt und sind mit dem nach Hause gelaufen. Großer Erfolg. Ja, die nächste Folge wird dann wieder beim lieben Tesla sein. Vielleicht mit den ein oder anderen Tipps und Anregungen von euch. Wie gesagt, wir werden auf jeden Fall eine ganze Menge Holz brauchen, weil, äh... dadurch, dass man die Holzwände nur außen ranhängen kann, sieht's jetzt doch wieder aus den Kasten. Das will ich auf jeden Fall vermeiden. Da lass ich mir was einfallen. Und, äh... Wie gesagt, wir wollen ja gucken, dass der Siebe-Crew... Man kann das Dach, glaub ich, versetzen, wenn ich das richtig gesehen hab. Also so ein Stückchen nach außen, damit wenigstens das etwas besser aussieht. Ja. Und Crop-Plots, äh... bauen und irgendwelche Sachen... Schiez und düngen und so, das ist sehr, sehr spannend. Da bin ich auch gespannt drauf, was da noch kommt. Das will ich sehen. Ja. Von daher gehe ich davon aus, wir werden in der nächsten Folge wieder Holzfarm. Yeah. Du kannst bei Gelegenheit einfach immer mal deine Fäkalien aufheben. Nö. Äh... Ich finde es ganz angenehm hier. Ja. Super. Wir sind ja in der Natur. Genau. Ja, wunderbar. Dann war's das für heute. Wir sehen uns dann in der morgigen Folge wieder. Jawohl. Bis dann. Bis dann. Ciao. !